Ein up, peace, yeah, poetischer Straßenrap, mein Sound hatte schon immer etwas Beethovenartiges, etwas Melodramatisches, denn es dauerte zum Fame, ich wurd laufend übersehen, so wie Jesus von Nazareth, trotz phänomenalem Swag. Ja, phänomenal stellt der selbsternannte Boss hier sein Soundbild samt der Lyrik als konstant Melodramatisch dar. Melodramatisch bedeutet im Übrigen so etwas wie theatralisch oder pathetisch und kommt von dem Begriff Melodram, das Gegenstück der aristokratischen Komödie im 18. Jahrhundert. Übertriebene Emotionalität passt nicht nur in der sechssilbigen Assonanz zu dem Beethovenartigen, sondern auch zu dessen symphonischen Stil. Mit diesem Gefühl betrachtet Kollegah Retrospektiv seine Karriere, welche 2005 mit dem ersten Album begann, aber erst 2012 mit JBG 2 richtig aufblühte. In diesen sieben Jahren sei sein Talent, sein poetischer Straßenrap, ständig verkannt worden, was er im Vergleich mit Jesu, welcher in verschiedenen Evangelien sinnbildlich laufend übersehen wurde, darstellt. Die Hard Facts für die Nerds, ein AAA-BBA-Reimschema, vier sechssilbige Reime mit unüblichen und vor allem wenig einzelnen Wörtern, ein fünfsilbiger Binnenreim, extravagantes, geniales Wortspiel, eine tiefgründige Aussage plus den noch gar nicht erwähnten Flow machen diese Line zu der meiner Meinung nach besten Kollegah Zeile seiner Karriere.